Ja Leute, da sind wir nun im Herzen von Hanoi. Genau, wir fahren von der großen Kathedrale, die aussieht wie Notre Dame. Ja. So mitten drin hier in Old Town. Unser Hotel liegt ja auch gleich um die Ecke. Also mitten in dem bunten, wuseligen Treiben aller Metropole. Es ist Wahnsinn, ja. Aber wenn man von Rulanta kommt, dann denkt man, wow, was ist hier los? Genau. Aber es ist auch mal ganz spannend. Es ist auch eine breite Straße, wo wenig los ist. Also es gibt auch immer und mehr. Ja. Und heute wollen wir uns umschauen hier, ob man wachen kann. Und dann nehmen wir euch mal ein bisschen mit. Ja. Nice Julie. Jamie. Auch. Und dann schauen wir mal. Genau. Was der Tag so bringt. Ja. stun. Ja. Zing Musik Musik Oh, hier sind wir jetzt, Jamie. Wo ist unser Hotel? Wo ist unser Hotel? Wo ist unser Hotel? Da, unser Hotel. Und hier sind wir jetzt gerade, an dem See hier. Wo der Tempel ist. Ja, ist ein Tempel auf dem See. Vielleicht kann man da ja mal hin. Wo ist denn das Wasser, Julie? Das ist hier. Ja. Da ist auch ein Wasser. Das ist der rote Fluss. Vielleicht kann man den auch mal anschauen. Und wieso? Da fließt Wasser durch. Das ist ganz gut. Weil die Erde, die unter hier unten drunter ist, ist so ganz so rot. Das Wasser spült das alles raus. Und stellt da von dem Fluss raus. Und zum Meer geht es auch noch alles ganz gut. Ey, aber in dem roten Fluss ist noch ein ganz normaler. Halt mal ein bisschen. Ja, das ist eine Insel. Das ist aber noch eine Insel. Das ist kein normaler. Das ist heller. Und was ist das? Ja, man fühlt sich hier so ein bisschen wie in Europa. Es ist relativ kühl. So die Camper Ratches. Ja. Graune Blätter am Baum. Also das ist wie... Oh, wie in Deutschland so ein... So Ende... Oder wenn der Sommer langsam zu Ende geht und mal so ein schöner Tag ist. Ja, genau. Aber das ist egal. Zum Glück haben wir ein paar dicke Sachen dabei gehabt. Und Jessie ist auch ganz eingemummelt. Ja. Ganz ungewohntes Bild. Hallo. Oh, der Fenster geht nicht mehr wieder. Ja. Aha. Ja. Wir gucken mal, was wir jetzt noch so alles machen. Ja, wir gehen mal zu dem Train Street. Mal schauen, wenn wir gerade mal, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hoch. Ja, die... Wo sind wir hier? Sind wir jetzt ja. Fui Dano und gehen dann bis hier hoch zur Eisenbahn. Ja. Ja. Da sind wir heute mitten in Hanoi. In Hanoi, ja. Im gruseligen Verkehrszirkus. Wer bisher glaubt vielleicht in Paris schon super mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, wo er die Mopeds rechts und links überholen. Oder auch auf den Inseln Thailands, wo echt viel los ist mit den Mopeds. Der hat das hier in Hanoi noch nicht erlebt. Weil hier gibt es gar keine Verkehrsregel. Hier fährt jeder, wie er denkt und möchte. Es wird gehubt, gepubt, gemacht, getan. Das Auto ist größt, hat den besten Vorrang. Und man muss als Fußgänger auch einfach gehen. Weil es gibt keine Ampel. Man muss einfach los gehen und gucken. Du musst dich erstmal dran gewöhnen. Ja. Den Hinweis, den wir bekommen haben. Auf keinen Fall stehen bleiben. Weil die Fahrer der Mopeds, die berechnen deinen Weg mit ein. Und wenn du stehen bleibst, sitzt das nicht gewohnt. Boing, schnallst dann. Also weiter. Und wir zeigen euch das mal. Ja. Wie das hier aussieht. Wie das Haus. Ja. Pack 2 ist der heute. Ja. Heute wollen wir mal gucken, ob wir diese Trains, Streets finden. Ja. Da sind nämlich so eine Straße oder vielmehr eine Straße wo ein Zug fährt mitten durch Wohn- und Einkaufsgebiet. Und das schauen wir uns heute mal an. Ja. Ja. Cool aus. Und vielleicht kommen wir noch auf den Night Market. Ja. Heute Abend. Heute Abend auf den Night Market. Das wird mich auch ganz spannend. Ja. Ich hoffe, ob man noch so sehen kann. Ich hoffe, nicht zu schlimme Sachen. Aber guck mal. Ja. Du schläfst ein bisschen. Du bist eingemummelt. Ja. Okay. Dann geht's mal wieder los. Ja. Philips. Ja. Ja. Du bist ja immer wieder los. Jetzt geht's halt mal. Ja. 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 So, wir haben sie gefunden. Wir haben eine Eisenbahn. Die bekannte Street hier. Sie fährt hier also mitten durch. Rechts und links wohnen die Leute. In beide Richtungen, ja. Da ist die Straße. Und Jamie ist crazy, oder? Guck mal, da fährt die Eisenbahn da durch. Wir sind in den Doppel-Adelaise, oder? Da ist eine Säge. Das ist eine Säge. Amen. Amen. Musik 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 Jetzt sind wir hier, aber guck, in einem Hotel, in einem Café, in Mitten, Platze, in der Kirche, hinter diesen Häusern das Hotel. Jimmy, wie findest du es denn hier so? Jimmy, wie findest du es denn hier so? Euss Guru Ja! Schaut die Julia und die Mama! Hallo! Und Anna convers하고 durch Vietnam! Und Hanoi! Huguet Hanoi Musik Hallo, wer bist denn du? Die Julie. Und sie macht ein Schläfchen. Ich bin die Mama. Und da kommt es Jamie und Coco. Dasаете? Geh было Có die. Geh. Geh. Geh, Geh. Rauch. Geh! Geh, Geh, Geh. UNTERTITELUNG 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 Ja, jetzt hatten wir einen ereignisreichen Tag. Und jetzt wollen wir noch zum Night Market. Genau, mal gucken, was da so los ist. Nehmen wir euch mit. Nehmen wir euch mit. Es soll sehr wuselig sein. Und viele Leute auf kleinen, engen Dings. Aber wir gucken mal. Na, Julie? Gucken uns den Night Market mal an. Julie mit dem riesen Nunu. Ja. Ja. Okay. Mal mit. So. Das ist der Jamie auch schon. Ein bisschen gehessen in die Hand. Wo gehen wir hin, Jamie? So. Ja. Gucken wir, was wir alles entdecken und sehen. Auf sind zwei Hosen. Auf sind zwei Hosen. Auf sind zwei Hosen. Auf sind zwei Hosen. Ja. Auf sind zwei Hosen. Ähm. Left here. Gucken mal auf die Karte. War langsamer. Ja, wir sind auf dem Nachtmarkt, aber wie ihr sehen könnt, es regnet leider total und irgendwie. Ja, es ist auch nicht wirklich so ein Nachtmarkt, den wir uns vorgestellt haben. Es sind eigentlich auch nur 20 Mal den selben Stand an irgendwelchen Klamotten, Nike-Schuhe und Bling-Ding-Schuhe. Eigentlich das Taschen, Jacken, Hosen, lauter kleines Tünniff-Zeug so, aber nicht wirklich was, wo du sagst, es ist jetzt richtig landestypisch, vithnamesisch. Genau. Wir können jetzt wieder essen, noch irgendwelche anderen Dinge. Insofern sind wir einmal jetzt zwar runtergelaufen, wir waren noch so ein bisschen am Aufbauen, aber wie gesagt, Regen kommt dazu und ich glaube mal, das ist nicht so der Markt, wie wir uns vorgestellt haben. Mit riesigen Flächenfleisch, mit Gewürzen, mit anderen Falschen, die nicht empfehlen. Und daher, ja, fahren wir jetzt mal hier. Ein bisschen nass geworden. Und zappern jetzt wieder. Genau. Im Regen ist dann. Ja. Natürlich auch da oben. Willst du da oben? Oh, das ist schlecht und leicht. Okay, dann gehen wir zurück. Ciao! Hallo! Hallo! Musik 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 Musik